In der Prozessübersicht in der Geschwindigkeitsmaske kann die Geschwindigkeitsquelle ausgewählt werden. In dieser Maschine ist der Radarsensor ausgewählt. Zur Auswahl stehen noch GPS-Signal und die Traktor ECU. Wird mit Radarsensor gefahren, muss dieser kalibriert werden. Die Kalibrierung muss bei jedem Maschinen-Ersteinsatz durchgeführt werden. Um in das Kalibriermenü zu gelangen, aktivieren wir im Hauptmenü den Einstellmodus. Danach gehen wir auf diese Kachel. Im Kalibriermenü kann der Radarsensor kalibriert werden. Bei Row-Control-Maschinen ist hier auch die Kalibrierung der Row-Control-Klappen zu finden. Beim Radarsensor können hier die Impulse pro 100 Meter eingegeben werden. Über diesen Button öffnet sich das Menü für die 100 Meter Kalibrierstrecke. Hier kann die abzufahrende Strecke eingegeben werden. Eine Strecke von 100 Meter abmessen und danach die Kalibrierfahrt mit Klick auf den Pfeil starten. Wenn die Strecke abgefahren ist, die Kalibrierfahrt stoppen. Laalienphalat in autobus. Vielen Dank.